ja hier haben wir einen ersten blick auf die hauptmodelle von von apple also die basismodelle iphone 15 und iphone 15 plus und ich schnappe jetzt mal das iphone 15 weil das ist glaube ich das was dann am besten doch die meisten kaufen werden wie gehabt 6,1 zoll der diagonale und hier haben wir auch schon die erste ganz große neuerung ja weiß nicht ob sich alle daran erinnern die notch ist weg es ist auch hier ein dynamic island wo halt die frontkamera und benachrichtigungen so integriert sind ja inzwischen unterstützen das ja viele apps und wer ganz genau hinschaut das ist hier bei der schwarzen version nicht ganz einfach aber der rand ist ein bisschen runder also wenn ich jetzt hier so rüber streiche dann fühlt sich nicht mehr so scharfkantig an also vom anfassgefühl würde ich sagen fortschritt ob man das jetzt ästhetisch besser findet als vorher mit dieser geraden kante ist wirklich geschmackssache auffallen dürfte es eh nur den leuten die wirklich genauer rauf gucken auch so ein kleines detail ist hier auf der rückseite wir haben weiterhin die zwei kameras im schrägen design das wie es ja ich beim iphone 13 und 14 auch ist aber hier diese dieser kamera block sage ich mal so diese erhebung da ist die färbung jetzt im glas integriert ja das soll so ein bisschen stimmiger wirken und ja neben der dynamic island natürlich für apple nutzer die größte revolution ja erstmals seit 2012 genau 2012 gab es die lightning buchse hat jetzt elf jahre gehalten also apple hat das versprechen dass das die lightning buchse eine buchse für ein jahrzehnt sein sollte gehalten aber jetzt eu sei dank denke ich ist hier die usb c buchse auch in beiden iphone modellen drin und im prinzip jetzt in allen apple geräten ipads macbooks es gibt auch neue airports cases und aktualiertes airport 2 pro mit usb c ladegehäuse ja das ermöglicht natürlich eine ganze menge kompatibilität mit zubehör das ist eine große sache auch eine sache die jetzt weggefallen ist also wer die original keynote 2007 noch im kopf hat als die job sagte hier gibt es eine taste die sollte eigentlich jedes handy auf dieser welt haben dieses stumm schalttaste das war einfach nur ein schalter ein aus also stumm schalten eins und schalten aus aus oder an das ist jetzt weggefallen das ist eine action taste wenn man kurz drückt ich mache es jetzt mal wenn man kurz drückt dann soll das auch weiter stumm schaltung ermöglichen ich bin jetzt hier ein bisschen zu hektisch aber man kann in den einstellungen auch einstellen dass alle alle möglichen anderen sachen damit gesteuert werden ja was ist noch neu im inneren gibt es auch ein keinen neuen prozessor aber für die basis variante ist das neue prozessor nämlich der a16 bionic aus dem 14 aus der 14 pro serie der hält jetzt einzug im iphone 15 das ist natürlich ein ganz ordentliches upgrade ja und was vielleicht beim iphone 14 noch nicht viele mitbekommen hatten auch die rückseite ist hier natürlich auch so ist jetzt einfacher zu entfernen der ganze lagen die innere konstruktion wurde verbessert vereinfacht so dass reparaturen einfacher und damit auch günstiger sind das ist übrigens jetzt auch erstmals bei den 15 pro modellen so das ist natürlich schon eine gute nachricht wenn das display vorne nicht kaputt geht sondern in irgendwas oder die rückseite ist ein austausch leichter und ich denke auch mal bei akku täuschen und so durch zertifizierte werkstätten wird es leichter sein die kamera ist auch neu auch hier zieht sozusagen das iphone 15 mit dem 14 pro nach zumindest so nach den technischen daten das ist jetzt die hauptkamera hatten 48 megapixel sensor und damit eben auch die vorteile von pixel binning es gibt beim soomen ich weiß nicht ob wir das jetzt hier mal zeigen können wenn ich jetzt in die kamera app gehe ja hier gibt sie die einfache und zweifach zoom aber es gibt auch beim video die möglichkeit ja in den sensor rein zu suchen und jetzt 4k videos sozusagen mit optischer mit optischer vergrößerung herzustellen indem man halt nicht nicht künstlich fixe dazu rechnet sondern in den sensor rein zoom da verschlechtert sich natürlich so ein bisschen die auflösung aber es sind also wirklich keine künstlich errechneten details sondern real vorhandene details eigentlich sollte das in der kamera app jetzt auch drin sein ja was gibt es sonst zu sagen wir hatten die bionic das neue minimal andere gehäuse neue kamera neue cpu und natürlich usb c also fehlen natürlich so ein paar innovationen wie die telelinse generell und natürlich schmerzlich vermisst man dass das auch die fünf mal optische telelinse vom pro max fehlt aber wahrscheinlich die zielgruppe die jetzt die basismodelle kauft für die ist das jetzt nicht so ein problem der 48 megapixel sensor sollte so kleinere zoom bereiche bis 2,5 eben auch ganz gut ermöglichen also ja neu ist auch ein alter neuer ultra weit wenn chips weil ich mich jetzt erinnere ich hoffe das ist jetzt richtig im kopf wo jetzt die ortung genau doch das in allen 15 modellen ultra weit wenn chip das ist so ein ganz witzige szenario was man damit angeht wenn man jetzt zum beispiel mit freunden auf dem marktplatz oder einer konzerthalle auf dem festival verabredet ist man weiß die sind hier irgendwo in der nähe aber man weiß nicht wo genau dann kann man über diese wo ist suche nach freunden die müssen natürlich auch alle in 15 oder 15 plus oder 15 pro oder 15 pro max haben suche starten und dann wird man dahin navigiert weil dieser uwb chip der hat eine höhere reichweite und dann soll das eben auch über zig meter weg gehen ja das sind so kleine praktische details die das leben doch besser machen wie immer natürlich für apple gut es ist am besten wenn alle dann auch das neue iphone haben aber das wird sich auch in zukunft dann fortsetzen insofern hier unser erster blick auf das iphone 15 und hier haben wir noch mal zum vergleich das 15 plus mit dem 6,7 zoll display ja das ist oft eine frage des preises ist natürlich so dass man dann mit dem plus modell relativ günstiger an großes iphone gerät technisch ist das halt identisch mit dem normalen 15 modell auch hier usb c und die anderen neuen upgrades ja soweit verabschieden wir erstmal hier vom iphone 15 aus kupertino so 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 so